Das zerbrochene Bild von Wörthermalerin England, 23. Januar 2001 Der Wind pfiff um ihre Beine und früstelnd zog Hermille Granger ihren Mantel fester um sich. Es regnete. Tropfen rannen ihre Wange hinab, prasselten auf ihre Kapuze ein und durchnässten ihre Schuhe und Strümpfe. Ihre Unterlippe zitterte vor Kälte und ihre dunklen Locken bäumten sich im eisigen Nordwind. Hier an der Küste Schottlands war es sehr viel frischer und um einiges stürmischer als in ihrer Heimat Südengland. Der Kies unter ihren Lederstiefeln knirschte, als die junge Frau das riesige Anwesen vor sich aufragen sah. Kalt lag es da, trotz dem Nieselregen und dem Sturm, der über das Land fegte. Die Gärten sahen gepflegt aus, die Hecken gerade geschnitten und die ordentlich angelegten Büsche standen in Reihe und Glied. Ein meterhoher Zaun aus schwarz lackiertem Metall umgab den parkähnlichen Garten sperrgleiche Gitterstäbe, die verschnörkelte Ornamente bildeten und durch dessen dunkles Netz sich eiserner, schwarze Rosen flochten. Es war lange her, dass Hermine zuletzt hier gewesen war. Drei Jahre, um genau zu sein. Sie fröstelte, als sie an jenen eisigen Frühlingstag zurückdachte. Ein kalter Schauer liefe über den Rücken und fahrig strich sie eine widerspenstige Locke, die der Sturm aus ihrem Zopf gelöst hatte, hinter das Ohr. Dieser Ort machte ihr Angst. Sie hasste es, hier zu sein. Hier in Malfoy-Manor. Das schwarze Eisentor war geschlossen, doch noch bevor Hermine es erreichte, öffneten sich die Torbögen wie von Geisterhand. Schnellen Schrittes eilte sie auf die Treppe am Ende des hellen Kiesweges zu, das Kinn im Kragen ihres Mantels vergraben. Eine gewaltige Tür versperrte ihr den Weg. Metall beschlagen ragte diese Folie auf. Mann zog und gewaltig. Missmutig besah sie den Türklopfer, der vor ihr auf dem dunklen Holz angebracht worden war. Es war ein Drachenkopf, ein Lindwurm aus Messing, der sich in seiner eigenen pickförmigen Schwandspitze biss, jede einzelne Schuppe grazil ausgearbeitet und dessen metallener Körper sich um die Hand eines jeden Benutzers wandte. Ich kann nicht lesen. Nach kurzen Zögern griff Hermine nach dem Messingtier und klopfte auf das feste, schwere Holz. Dumpf erklangen die Schläge, drei an der Zahl. Der Regen war immer stärker geworden, peitschte gegen die hellen Mauern des Anwesens und tünchte die umliegenden Landschaften mit all ihren farbenfrohen Schönheiten in ein dichtes, stählerndes Grau. Wie winzige Nadeln bohrten sich die eisigen Tropfen in den durchnässten Stoff von Hermines Umhang, schutzsuchend presste sich diese gegen die Tür, auf das diese sich öffnen würde. Kaum fünf Sekunden später vernahm die junge Frau Schritte von jenseits der Tür. Mit einem Klacken öffnete sich das Schloss und ein Spalt, gerade mal eine Hand breit, tat sich in der Mitte der Tür auf. Was kann Snuggles für Sie tun, Miss? Ein Hauself stand vor ihr. Er war klein, noch kleiner als für einen Hauself üblich. Er ging Hermine gerade einmal zu den Knien. Umso größer waren dafür seine Ohren. Ellen groß und mit lilafarbenen Blutergüssen unterlaufen. Er hatte knochige Arme und Beine, lange zweigähnliche Finger und eine lange Narbe zog sich über ein Gesicht von seinem linken Ohr an und verschwand dann unter etwas, das vor Jahren wohl mal ein rosafarbenes Handtuch gewesen war. Obwohl sein Äußeres nicht gerade vertrauenserweckend aussah, tat er Hermine leid. Sie wollte lieber gar nicht wissen, wie er hier behandelt wurde. Im Haus Malfoy wurden Hauselfen als den Ratten minder gesehen, das wusste sie. Bestes Beispiel hierfür war Dobby gewesen, der kleine Hauself, der Harry so verfallen gewesen war. Er war überglücklich gewesen, als dieser ihn aus den Fängen von Malfoy Senior befreit hatte. Ein deutliches Zeichen dafür, unter welch schrecklichen Umständen der Elf hier hatte arbeiten müssen. Ein Lächeln stahl sich auf ihre Lippen, als Hermine an ihr vierte Schuljahr dachte. Damals, mit 15 Jahren, hatte sie B.Elfe.R ins Leben gerufen. Ein Verband zum Schutz von Hauselfen. Sie hatte einfach nicht einsehen wollen, dass es Wesen gab, die sich aus eigenem Antrieb dazu bereit erklärten, den Zauberern zu dienen, wie schlimm die Umstände auch waren. Zwar hatte sie ihre Ziele an den folgenden Jahren nicht wirklich weiter verfolgt, doch ihre Zuneigung zu den kleinen, koboldartigen Wesen war geblieben. Also sagte sie jetzt so freundlich wie möglich, Hermine Granger mein Name, Ministeriumsangestellte, Abteilung für schwarzmagische Artefakte, ich muss dringend mit Mr. Malfoy sprechen. Der Hauself sah sie ehrfürchtig an, als er sprach, Entschuldigen Sie vielmals, Miss Granger, doch Snuggles Meister duldet derzeit keinen Besuch. Hermine runzelte verwundert die Stirn. Es ist wirklich von äußerster Wichtigkeit, beharrte sie und fügte dann hinzu, ich habe Grund zur Annahme, dass die Familie Malfoy im Besitz eines schwarzmagischen Gegenstandes ist. Die Brünette machte einen Schritt nach vorn und wie sie erwartet hatte, wich der Elf zurück. In dessen Stimme lag Bedauern, als er unsicher und mit angsterfüllten Augen sagte, aber das geht nicht, Snuggles kann die Miss nicht zu Mr. Malfoy lassen, sein Meister hat es ihm ausdrücklich verboten. Hermine seufzte. Damit hatte sie nicht gerechnet, hätte sie den Fall doch nur an ihren Kollegen Ernie McMillen abgegeben. Vorsichtig kniete sie sich zum Hauselfen herunter und erklärte freundlich, Herr Zussnuggles, es ist wirklich wichtig, dass ich mit Mr. Malfoy rede. Es dauert auch nicht lange, nur ein paar Minuten, wirklich. Hermine konnte sehen, wie ihr gegenüber mit sich rang. Mit einem Mal fing er an zu zittern und seine Augen huschten hektisch hin und her. Nervosität ließ seine Stimme beben, als er stotterte, Mr. Malfoy gestattet, keine Gäste? Er hat Snuggles verboten, auch nur irgendwen hineinzulassen. Wie um seinen Worten Ausdruck zu verleihen, stampfte der kleine Elf mit dem Fuß auf, nur um sich auch sogleich die Hand vor den Mund zu schlagen. Was hat Snuggles nur getan? Es ist ihm nicht erlaubt, so mit einer Mist zu reden, rief er voller Entsetzen aus und schlug mit den Handballen gegen seine Schläfen. Er kniff die Tennisballgroßen Augen zusammen und rammte seinen Kopf an den Türrahmen. Es krachte laut, als seine Nase brach und dunkles Blut rann seinen Hals hinab in das Handtuch, das er sich umgebunden hatte. Snuggles! Mit weit aufgerissenen Augen griff Hermine nach dem knochigen Handgelenk des Elfs, um ihn davon abzuhalten, sich weiter zu bestrafen. Dieser zuckte zurück und so schnell wie möglich huschte Hermine an Snuggles vorbei in die riesige Eingangshalle. Neugierig sah sie sich um. Der große Raum war über und über mit Kacheln in allen erdenklichen Grüntönen gepflastert, bis unter die Decke, die mit Stuck-Ornamenten verziert war. Links und rechts an den Wänden hingen Bilder, Gemälde aus alter Zeit in riesigen vergoldeten Rahmen. Zauberer und Hexen, Malfoys und andere reinblütige Familien starrten Hermine von allen Seiten an und es jagte ihr einen kalten Schauer über den Rücken, als eine dürre Hexe in einem waldgrünen Sandkleid und einem ebenholzschwarzen Haarturm auf dem Kopf zu wispern anfing. Stimmen und Flüstern drangen aus den Gemälden und schnell ging Hermine weiter. Die rechteckige Halle mündete in einer breiten Treppe aus hellem Marmor, die sie mit eiligen Schritten hinaufstieg. Ihr war sichtlich unwohl, als sie den Korridor im ersten Stock entlang ging. Die Atmosphäre im melfoyischen Anwesen erinnerte sie an Dinge, die sie eigentlich aus ihrem Kopf hatte verbannen wollen. Dinge wie der kalte Steinboden an ihrem Rücken, Bellatrix Atem auf Hermines Lippen, wie ihres Lachen. Dinge wie der grellende Schrei, der durch das Mano geheilt war, der Schmerz in ihrem Unterarm, als die Todesserin das Messer tief in Hermines Haut gegraben hatte. Unbewusst strich sie sich nun über die Erhebung oberhalb ihres Handgelenkes. Die Narben waren mit der Zeit verblasst, doch lesen konnte man das Wort, das sie darstellten, immer noch. Ein lautes Krachen riss Hermine aus ihren Gedanken. Das musste Malfoy sein. Ohne zu zögern steuerte Hermine auf die große Tür am Ende des Flurs zu und öffnete sie vorsichtig. Gerade wollte sie den Mund öffnen, um dem Malfoy den Grund ihres Auftauchens zu unterbreiten, nämlich um nach einer alten schwarzmagischen Vase zu fragen, als ihr die Worte im Hals stecken blieben. Das Bild, das ich ihr nun bot, schockierte sie zutiefst. In der Mitte der gewaltigen Bibliothek stand Malfoy, Wut entbrannt, die Augen glühend vor Zorn. Er schrie, als wäre er vom Teufel besessen, griff nach einem Buch und schleuderte es quer durch den Saal. Hermines Anwesenheit schien er gar nicht zu bemerken. Sein Atem ging schnell und unkontrolliert Seiten flogen durch die Luft, als er ein Buch in zwei riss. Papier zerknüllte und auf die Regale eintrat. Er war rot angelaufen und er schrie, brüllte unverständliches, zusammenhangloses Zeug. Nur ein einziger Satz war klar und deutlich zu verstehen. Wütend rang Malfoy die Hände, trat gegen ein Sessel und rief, Ich hasse dich! Immer und immer wieder. Er schmiss sich auf den Boden, raufte sich die Haare, sein Gesicht nahm beinahe einen Violettton an und er kniff die Augen zusammen. Tränen rannen über sein Gesicht und Schlucht zerschüttelten ihn. Er schnappte nach einem Buch einem dicken Wälzer mit weinrotem Einband, das bis eben auf einem der Sessel vor der Fensterfront gelegen hatte und riss wutentbrannt einige Seiten heraus, bevor er es durch die Bibliothek schleuderte, wo es an einem der Regale abprallte. Er riss den Kopf hoch, blickte an die stuckverzierte Decke, ich weiß es nicht, wie das ausgesprochen wird, und ließ ein Brüllen klingen, animalisch, laut und krechzend wie ein verwundetes Tier. Und mit einem Mal wurde er ganz still. Er atmete schwer, seine Brust hob und senkte sich im Takt des Regens, der noch immer gegen die Scheiben klopfte, als er dann den Kopf hob, sich zur Seite drehte und auf ein Gemälde zurannte, das über ihm an der Wand hing. Es zeigte Lucius Malfoy, der, auf einem schwarzen Stock mit versilbertem Schlangenkopf gestützt dastand, die Haltung aufrecht, das lange Haar gebürstete. Seine stechenden grauen Augen musterten den jungen Malfoy beinahe spöttisch und ein höhnisches Lächeln lag auf den schmalen Lippen. Draco Malfoy blickte das Bild hasserfüllt an und es war nicht nur das, was er sagte, sondern vor allem sein Ton, der Hermine zusammenzucken ließ. Er klang kraftlos, ausgelaugt und doch so zornig und wütend, wie Hermine es noch nie gehört hatte. Du, Draco zeigte mit vor Hass sprühenden Augen auf das Gemälde, du hast mein Leben zerstört. Du hast alles zerstört. Ich hasse dich mehr als alles andere auf der Welt. Doch das Abbild seines Vaters blickte ihn nur voller Häme an und erklärte, Draco, guter Junge, du bist ein Malfoy, benimm dich auch so. Oh nein, ich werde nicht schweigen. Dracos Kiefermuskeln arbeiteten und dicke Adern traten aus seiner blassen Haut hervor. Das habe ich viel zu lange. Habe das getan, was von mir verlangt wurde. Das, was du von mir verlangt hast. Ich hatte Freunden, sie hatte die Freunde, die du für mich ausgesucht hast. Das Leben, das du für mich ausgesucht hast. Aber das ist jetzt vorbei. Ich war stolz darauf, an Malfoy zu sein. Immer. Mein ganzes Leben. Bis ich 16 war. Ich war ein Kind. Ein verdammtes Kind und du hast es zu einem Todesser gemacht. Ich musste die Scheiße ausbaden, in die du, unsere Familie, reingeritten hast. Ich musste mein Leben aufs Spiel setzen, nur damit du nicht nach Asgaban kamst. Ich musste jemanden töten, um einen Mann zu retten, den ich gehasst habe. Einen Mann, der mein Leben zur Hölle gemacht hat. Früher dachte ich, sowas macht ein Vater. Dracos Stimme nahm einen bitteren Ton an und er lacht ein trockenes, freudloses Lachen. Weißt du, Lucius, ich war glücklich, darüber dich zu haben. Wirklich. Mein Leben war perfekt. Ich hatte eine liebende Mutter und einen tollen Vater. Ich wurde nach Hogwarts kommen, würde Freunde finden und alles würde gut sein. Ich dachte, alles, was du mir erzählst, wäre die Wahrheit. Bei diesem Satz glitzerten Tränen der Wut in Dracos Augen. Aber verdammt, das war es nicht. Wie war das noch? Er legte den Kopf schief und blickte seinen Vater angeekelt an. Schlammblüter sind dumm. Die Granger hat mich in jedem verdammten Fach nachgeschlagen. Hermine zuckte zusammen, als sie ihren Namen hörte und zum wiederholten Mal an diesem Tag spürte sie, wie die Kälte ihr in den Nacken kroch. Blutsverräter denken nur an sich. Weasley hat Goal das Leben Goal 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 das Leben gerettet. Alles, alles, was du mir über das Leben beigebracht hast, war eine Scheißlüge. Mein ganzes Leben ist eine verdammte Lüge. In einem erneuten Wutanfall trat der junge Malfoy gegen eine große Vase, die auf die vor dem Fenstersims stand. Mit lautem, also entweder auf oder vor dem Fenstersims, man weiß es nicht. Mit lautem Klirren zerbarst das Porzellan in tausend kleine Scherben. Selbst von ihrem Platz hinter einem Regal konnte Hermine erkennen, wie sich die kleinen Splitter tief in Dracos Haut gruben, doch es schien ihm egal zu sein. Ich habe immer gedacht, du würdest dich um mich sorgen. Doch eigentlich hattest du nur Angst, ich würde unseren Namen in den Dreck ziehen. Aber das hast du dann ja schon erledigt. Und nur deswegen musste ich ein Todesser werden. Ich hasse dich, Lucius. Ich hasse dich, weil du einen Mensch aus mir gemacht hast, der ich nicht bin. Ich hasse dich, weil du mich Gefahren ausgesetzt hast, denen ich nicht gewachsen war. Und ich hasse dich wegen dem Druck, den du ständig auf mich ausgeübt hast. Die ganze Schule hat mich gehasst für etwas, was du warst, was du aus mir gemacht hast. Und dafür verabscheue ich dich aus tiefstem Herzen. Und mit diesen Worten hob Draco das Gemälde von der Wand und zerschleuderte es gegen ein Regal. Der verschnörkelte Rahmen brach und Holzspitter stoben in alle Richtungen. Draco griff in seine Umhangtasche, in seiner erhobenen Hand lag ein Dolch. Seine Stimme war kaum mehr als ein Flüstern, als er sprach, ein Jahr ist es her, dass du in Asgaban gestorben bist, Vater. Gehässig sprach er letztere Worte aus, fast als wäre es ein Schimpfwort. Aber für mich bist du schon viel früher gestorben. Seine Hand schnellte hinab und er durchschnitt das Gemälde, als wäre es Butter. Ein langer Riss zog sich da entlang, wo einmal das Gesicht des stolzen Malfoys gewesen war. Und dann brach Draco Malfoy zusammen. Als hätte jemand ganz plötzlich einen Stecker gezogen, kehrte Stille in diese riesige Bibliothek ein. Vorsichtig lugte Hermine zu dem jungen Malfoy. Dieser saß zusammengekauert inmitten des Chaoses von Papierschnipseln, Holz- und Porzellansplittern, zerrissenen Büchern und umgekippten Bücherregalen. Es war still, doch dann hörte Hermine ein Schluchzen. Ganz leise. Ein erschöpfter Laut, der fast von dem Sturm draußen übertönt wurde. Draco zog die Beine zu sich heran, vergrub das Gesicht in seinen Knien. Seine Schultern zuckten und erschniefte. Es brach Hermine das Herz, ihn so zu sehen. Das war nicht der Malfoy, den sie kannte. Oder, um es in Dracos Worten zu sagen, dies war der wahre Malfoy. Der Malfoy, der nicht unter dem Einfluss seines Vaters stand. Ohne darüber nachzudenken, was sie da gerade eigentlich tat, setzte sie einen Fuß vor den anderen. Langsam, ganz langsam schritt sie auf ihn zu, bemühte sich, nicht laut zu sein. Sie hielt den Atem an, gebannt darauf, was gleich geschehen würde. Doch dann knirschten die Porzellanscherben unter ihren Füßen und Malfoy fuhr herum. Entsetzen lag in seinen grauen Augen. Entsetzen, Trauer und Wut und vor allem eins, Hoffnung auf etwas Neues, auf etwas Gutes.